Ja, morgen, da sind wir wieder. Diesmal sehen wir uns nicht in Strassum, sondern in Wilhelmshaven wieder, auf der Schleswig-Holstein. Wenn ihr euch interessiert, wie es hier so abläuft, nehm ich euch mal mit in die Betriebsräume, zeige ich euch mal ein bisschen was, kommt mal mit. Und ja, wenn ihr sehen wollt, schaut euch auch wieder das Video an. Ja, für mich ist es nach Paro direkt weitergegangen. Also die letzte Woche hatten wir ja dann noch Urlaub gehabt. Sprich, eine Woche konnte ich mich zu Hause darauf vorbereiten, auf das Neue, was mich hier erwartet. Also vom neuen Stützpunkt bin ich mehr oder weniger so überwältigt gewesen. Moin. Moin, moin. Auch hier? Ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was mich erwartet, bis auf Ankleidung. Mit dem Kamerad Mönig, muss man was sagen hier, ist ganz angenehm eigentlich. Jetzt haben wir erstmal eine kleine Gruppenversammlung für die 200er, Tagesbesprechung und so weiter. Wir bauen jetzt gleich eine Feuerlöschstrecke auf. Üben tun wir das ständig. Auch, das ist auch wichtig, weil ich selber in meiner Zeit jetzt vier echte Feuer gehabt auf dem Schiff, wo man das mal machen musste, und zwar richtig schnell und ganz, ganz dringend. Heute ist es kräft. Und beim Feuer ist Zeit auf alles. Und es brennt immer noch. Das geht sehr lang. Deutlich. Ja. Das war zu langsam. Das ist auch normal, das ist okay. Am Anfang darf jeder langsam sein. Ich werde erst sauer, wenn der Pfüfer in meinen Nacken sitzt und mich anschreit, warum mein U-Trupp denn die Feuerlöschstrecke nicht aufbereitigt ist. Hier befinden wir uns jetzt in der neuen Jade-Werft, sprich hinter mir ist die Werft, wo unser Schiff gerade eingepackt ist. Ja, wir können ja mal drauf gehen, mal eine kleine Runde drehen, kommt mal mit. Ja, also den ersten Tag hier an Bord, es war auf jeden Fall ein gutes Labyrinth gewesen, aber jetzt so nach und nach, er gibt alles so Sinn, man kennt sich schon aus, man weiß, wovon die anderen reden und sowas. Man lernt auf jeden Fall ziemlich schnell, auch wenn man den ganzen Tag hier an Bord ist. Also, wir befinden uns jetzt im schiffstechnischen Leitstand, das Herz des Schiffes. Hier überwachen wir alle technischen Anlagen. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall erstmal eine grobe Einweisung aufs Schiff. Wir werden wachfähig, sprich, dass wir auf Wache sitzen können jetzt im Hafen erstmal und alles andere wird sich dann weiter ergeben. Dann kriegen wir nachher unsere eigenen Anlagen, ja. Hier werden wir auf jeden Fall demnächst schlafen, sprich, wenn wir auf dem Schiff sind. Welcher Bock ist jetzt genau, das weiß ich noch nicht. Das wollen wir uns überraschen. Das ist eine komplette Umstellung, natürlich. Aus dem einfachen Runde hier wird es weniger schlafen wie in der Grundausbildung. In der Grundausbildung, da waren wir dann halt zu dritt auf einer Stube gewesen. Ich hab nur gesagt, ich sag, das ist Kameradchef, wenn man hier furzt und alle anderen wollen pennen. So, das ist der Eingang zur Brücke. Führe ich euch hier einmal rum und zeige euch mal so den Hauptplatz. Ich meine, wie ihr seht, es ist alles noch eingepackt. Die ganzen Instrumente fehlen hier noch und das alles. Das wird alles erst nach und nach kommen. Hier, das ist auf jeden Fall der Platz vom Kommandanten. Also, wenn der Stuhl da mal wieder eingebaut wird. Da setzt sich auch wirklich nur der Kommandant drauf und niemand anderes. Ja, hier befinden wir uns jetzt auf dem Weg zum Sport. Wir machen das als kleinen Ausgleich so während der ganzen Lernphase und sowas. Boah, denkt man dann ab und zu mal noch an die Einheiten von Mah oder so? Ja, klar denkt man daran noch. Das war ja auch nicht schlecht gewesen oder so. Wir machen geglückte Haltung, geglückte Haltung aufzügig und dann gleiten. Mehr will ich da gar nicht großartig draus machen. So richtig schwitzt werden wir heute nicht. Es war halt immer so dieses, ja, man macht halt den Dienst und das gehörte dann halt dazu. Schmerzen ein wenig. Gehört dazu, muss man durch. Klar zum, ich hab hier die Stockuhr. Ich werd auch noch mitstocken, sodass wir zwei Zeiten haben. Siebeneinhalb Runden müssen sie laufen. Fertig! Los! Sechste Art Runden müssen wir noch. Reicht. Reicht. Das war's von der Fregatte Schleswig-Holstein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in die Betriebsräume bekommen. Ich geh jetzt weiter zu meinem Dienst. Vergesst nicht, immer weiter kommentieren, liken, alles. Vergesst die Social Media Kalele nicht. Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Bleibt dran auf jeden Fall. Von mir war's das. Macht's gut. Ciao.